Okay, let's go! Klamier mitnehmen, sehr wichtig. Jetzt wieder so ein Spinnennest. Oh, Level 20 Spinnens. Ach du Kacke. Er ist ein bisschen zu stark, glaube ich. Oh, mein Damage. Das Insta-Killt ihn trotzdem, Bro. Oh, dieser Finishing-Move ist halt legit geisteskrank. Wahnsinn. Wahnsinn ist der stark. Was gibt's hier Schönes? Gibt's hier was Schönes? Ich kann gefühlt gar nicht aufhören zu erkunden hier. Ich bin noch im verbotenen Wald, oder? Ja, ich glaub, das alles hier ist der verbotene Wald. Guck mal. Ich dachte, ich hab jetzt schon viel gesehen hier, aber es geht hier noch komplett hoch einmal. Holy shit. Das ist geil. Muss man den hier mitnehmen. Den Checkpoint. Das sind friedlich, die Viecher, ha? Was auch immer die machen, Alter. Naja, ich will's nicht wissen. Scheiß drauf. Ja, die Kombo ist geil, ne? Die kracht. Die kracht komplett. Something else. Sieht sehr sass aus hier. Die Wall. Naja, gehen wir mal Main-Quest, oder? Blutegel sind ganz schön oft am Wasser, ne? Das ist, also glaub ich, sogar nur am Wasser. Das ist gut zu wissen. Okay, dann lass mal zurück tipien. Vielleicht den hier noch mitnehmen. Keine Ahnung, Mr. Olai. Aber, wird schon. Weil, ich spiele immer so. Jedes Game. Jedes Open-World-Game auch. Bock hab was zu erkunden, dann mach ich das auch. Da warte ich doch nicht auf die Quest. Weil, angenommen, ist auch dumm, so zu spielen. Immer nach Storyline zu gehen und hoffen, dass die Storyline dich irgendwie in Gebiete bringt. Ähm. Weil, angenommen, das ist dann nicht mehr so und du hast das Spiel dann durch, dann hast du ja gar keinen Drang mehr, überhaupt noch was zu erkunden. Und du hast schon alles durch und du hast schon das Heftigste von allem. Das ist halt Quatsch. Mit Gold in einem Gestell. Der Pfeiler, ja. Und eine silberne Brille, klar. Und wieder bodenständig sein möchte. Hier wird ja der Blick auf Raukurs. So cool. Wieder mal auf Abenteuer. Wenn ich kann. Inzendium. Wenn ich kann. Do it, homie. It can't be done. Ähm. Rebellion. Ähm. Check ich nicht. Ja, wir merken es uns. Lass die Main Quest weitermachen. Lass die Main Quest weitermachen. Wir sollten mehr auf Erkundung gehen, wenn die Zeitpunkt der Erkundung auch gekommen ist. Aber. Besen. Besen it is. Am Ende des Tages ist es der Besen. Müssen wir auch die Main Quest mal auswählen. Dann werden wir auch immer schön hingeführt. 25 Coins. Coole Sachen, richtig coole Sachen habe ich noch gar nicht herausgefunden. Aber Tränke hätte ich mal benutzen können, ne? Tränke habe ich noch nicht einmal benutzt. Ich weiß gar nicht, wo die sind tatsächlich. Heiartiges. Heiartiges. Da denke ich für die 100 Bits. Hier bin ich. Wie versprochen. Ah, moin. Mr. Geist. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Stimmt. Wie geht es? Mach mal kurz den hier. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Deswegen so ein Kopf kürzer, hm? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Ein paar Tage ziehen, ja. Ich hoffe, im zweiten Monat. Willkommen zurück. Es ist der Staub, der mir sichererweise wieder einfällt. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Ich muss einfach weitermachen. Ich mache einfach weiter. Oh, okay. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Im verbotenen Wald. Cool. Das sieht genauso aus wie dieser See-Chat. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Seien wir ehrlich? Boah, das sieht ja geisteskrank nach der Stelle aus, wo Harry angegriffen wird von den... ...ähm... ...Dementoren. Heftig, oder? Was sieht ja Trudis danach aus? Holy shit. Mit den ganzen Hirschen dann auch hier? Krass. Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Reveillon. In Tramuras. Hier waren wir vorhin auch schon. Expecto. Patronos. Und weil Nacht ist, ist ja geisteskrankter nach oben. Oh mein Gott. Hier draußen hat euch niemand hören. Ja, doch wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Hallo? Wir haben angefangen, du Sau. Oh mein Sauber. Oh mein Sauber. Ich werde nicht. Oh, wie läuft's? Ach hier. Inzente. Was haben Sie denn? Ich kratze hier ab, Alter. Das war erdnerlich. Inzente. Entschuldig. Ich werde mich nicht jählen, aus Prinzip nicht. Diese Anhänger werden Renrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jector mich geführt hat. Weil ich es ja einfach umgebracht habe. Schon brutal, oder? Oh, Rob Tick, sag dir für den Zweiten. Wie groß dieser Ort. Hab ich es schon vorgelesen? Nein, oder? Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es. Aber nicht lange. Einfach alle Zeit gleich hinten, okay. Ähnlich wie die Glocken aus God of War. Was ist denn der monatliche Witz? Ne, hab ich nicht gelesen. Klingt auch jetzt schon nicht gut, wenn ich ehrlich sein darf. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Spinnen! Regiose! Ach hier! Inzente! Ach, Kacke. Kurzgesprung für den Traum. Nur kurz. Spinnenfangzahn. Hm, lecker. Ich mag die nicht. Könnt ihr... Die fasse ich nicht an. Inzente! Leg ihn hoch! Ja, wo kommt der denn her? Regiose! Ach hier! Protego! Ach hier! Inzente! Der Feuerzauber knallt komplett. Aber auch wirklich komplett. Reveglio! Reveglio! Oh, Big Baba Bubu Chest. Ist das ne Augenchest? Ne. Einfach ne Big Baba Bubu. Neh mich. Eleganter Umhang mit Runenmotiv. Okay. Und wie geht mein Touchpad nicht mehr? Ich muss jetzt Pause, Start, Rücken. Warum auch immer. Nehmt sich nicht viel? Ein legendärer Umhang aber. Ui, ja. Der ist gut. Oh, plus drei. Sieht nur Arsch aus. Tatsächlich. Back to OG. Yeah. Reveglio! Gut, das ist alles. Gib mir noch die Fangzähne. Und raus hier. Leons Reset hast du nicht vorgelesen? Ich hab's auch gar nicht offen hier. Witzig. Leons Reset. Leons Reset. Immer mehr Rentner verschwinden im Internet, weil sie Alt und Entfernen drücken. Was machen wir jetzt mit Leon? Ich mein, dann für den Reset, aber timeouten wir ihn jetzt, oder? Das müssen wir. Was machen wir denn jetzt? Wenn ich diese Plattform herbeirufen könnte, könnte ich sie betreffen? Könnte ich sie was? Hack hier! Hm? Hm? Okay. Reveglio! Mediode! Akio! Protesor! Incentrum! Seltsam! Mega-Power-Track! Ich hätte gedacht, dass Jackdor an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Mediode! Akio! Wie ziehe ich die ganze Plattform mit mir, frage ich mich. Na gut, okay. Reveglio! Eine unberührte Truhe? Jackdor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Oder ihn hat das Ganze gar nicht interessiert. Reveglio! Ha! Sas! Krass! Sip-Tarmblätter nehmen wir alle mit. Damit machen wir nämlich gute Tränke. Spinnenfang-Zahn nehme ich auch mit. Okay, die Truhe ist wohl hier... Grüne, oder? Von wo komme ich? Gott, ich glaube, ich bin von da oben gekommen, oder? Gucken wir mal hier lang. Äh, Kev, danke dir für den Resetum. Sechste. Krass. Ich war ja nebenan. Negiode! Protego! Akio! Incentrum! Besiegte Spinnen. Sechs. Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jacktoys lösen konnte, kann ich das auch. Reveglio! Reveglio, denn? Krasses Rätsel! Bemerkenswert. Bein, ich habe nichts mehr gehört. Ähm, warte malen. Ich denke mal. Ja. Ja. Sehr gut. Sieht schön aus, ja. Ich könnte mir ja diese Pflanzendinger benutzen, aber ich weiß nicht, wo und wann wir die wiederkriegen. Die sind eigentlich ganz nützlich. Reveal. Reveal it in. MoFo. Guck mal, geh ich zurück? Ich glaub schon, oder? Oder? Ich weiß es nicht, Alter. Nein, ich komm doch von hier. Cash. I'll take the cash. Ich würd gern sagen, es hat sich gelohnt, dafür nochmal zurückzugehen, aber nein, hat es irgendwie nicht. Danke dir, gerade eine PS5 und Hogwarts bestellt. Danke, Bro. Ey, ich werd immer wieder gefragt, ne? Lohnt's dir jetzt mal eine PS5 zu holen, auch wenn die immer noch so 700 Euro kostet? Ich sag, wie es ist. Ja. Also, ihr hättet auch schon vor zwei Jahren die PS5 kaufen sollen, aber wer hätte das gewusst, ne? Dass die so lange so teuer bleibt. Aber, Digga, was macht's da für Sinn zu warten? Ich bin froh, dass Richard Jackdor mir etwas hinterlassen hat. Da fehlen so vielen Leuten noch eine PS5, die wird, also, bis die günstiger wird, könnt ihr noch lange warten. Also, noch lange. Weil, selbst wenn die günstiger wird, wird sie sofort ausverkauft sein, das heißt, sie wird wieder nicht günstiger sein. Checkt ihr? Gut, dass Jackdor da nicht runtergefallen ist. Ach hier. Konsole Schmutz, sag ich. PS5 schon sehr geil, die Titel, die sie ja auch hat. Was wären wir ohne God of War? Aber ja, stimmt schon, Konsolen-Exklusivität fackt einfach ab. Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Aber was willst du machen? Wir können hier nichts machen. Checkt sich drinnen. Bringt dir alles nichts. Ach hier. Incentio. Gib mir der Cash. Ja, der Typ hat ja alles liegen gelassen. Das heißt, der hat ja andere Interessen. Das ist sicher. Das ist sicher. Au. Ach hier. Incentio. Nochmal fine. I am. Okay. Angenehm, dass man healt. Ich bin froh, dass Richard Jackdor mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ist er heute bei der Folge offline nur ehrlich zum Himmel gelobt von Max und Sascha? Echt? Cool. Cool. Was haben die gesagt? Bit random. Die haben nichts mehr zu... Die quatschen, die Jungs. Die haben nichts mehr zu bequatschen. Das werden wir nachher, wenn die anfangen über mich zu reden. Die irrelevant sind, Person. Oh, das ist witzig. Ja, muss ich mir mal anhören. Muss ich mir mal anhören. Als ob hier nichts ist. Nur die Chest, oder was? Spinnen. Habe ich die aufgemacht? Die sieht so geschlossen, ey. Okay, die ist offen. Ja gut, dann hätten wir das hier auch aufgemacht. Da waren wir. Oder? Oder? Nee, ich glaube, da waren wir auch. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Boah, was ist ein Finisher? What the fuck? Inzendium. Inzendium. Attio. Mediode. Gotcha. Kann ich hier durch? Nein. Okay. Müssen wir irgendwie hier hoch, glaube ich. Reveen. Ah nee, warte mal. Hä? Warte mal. Die Chess habe ich, oder? Die muss ich haben. Ja, ja, das ist die, die ich habe. Da war ich ja gerade. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Nehme ich die Brocken. Ich weiß immer noch nicht, wofür Mondstein gut ist, aber hey. Okay, hier kann ich mich auch langziehen. Ich denke, da muss ich auch rein, aber... Das ist eine coole, große, umfangreiche Höhle hier. Aber einfach mal vielleicht weiter gucken. Ein bisschen Loot verbirgt. Okay, das ist dieselbe Stelle. Ah, der noch. Reveen. Welchen Mod-Praktikant? Wir haben keinen Praktikanten. Also die Mods, die bei uns Praktikum gemacht haben, so ein, zwei Tage später gequittet, war dann doch wie zu viel Verantwortung. Angeknackst, gebrochen. Angeknackst und gebrochen. Einmal in der Mitte durch. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche nicht sehr gründlich. Du wiederholst dich ein bisschen, oder? Nur so ein bisschen. Ausrüstungsplätze sind feuer. Ah, ja weiß ich jetzt nicht. Scheiß drauf, einfach die grünen Dinger hier weghauen. Oh, das ist ja deutlich stärker. Wahnsinn. Hauen wir den einmal weg. Hauen wir ein bisschen Platz wieder. Cooler Hut eigentlich. Oh nein. Eine Maske haben wir noch besser, oder was? Not quiet. Farbig gestreifter Schal. Reveglio. Reveglio. Ravioli. Okay, warte mal. Ähm, hier muss aber noch was sein. Oder weitergehen zumindest. Hier? Ne, hier geht's noch runter, oder? Wait a minute. War das jetzt hier nur ein Loot-Path, oder was? Nein, oder? Was? Doch was? What the fuck? Are you kidding me? Das war gar nicht der Main-Path? Hm. Okay, unlucky. Gut, weiter geht's. Irgendwo lang. Denk ich. Das sieht dann sehr richtig aus, muss ich sagen. Ah, doch, guck mal. Das war nur ein Loot-Path. Sehr groß hier. Ja, ich wollte schon sagen, hier wird doch locker gefeiert. Blitzereitschlag. Ach, liebe ich. Ja, okay, doch. Wirf mich mal durch den halben Raum. Oh, hell no. Ist schön meine Finisher gewastet. Kacke. Ja, hallo. Ich bin gerade von der Kamera reingekommen. Das war unnötig zu dodgen. What the fuck? Viviose. Achio. Incentio. Die kleinen Spinnen spawnen nicht unendlich. Das wäre sehr unnötig. Achio. Incentio. Der Combo händler macht halt da. Das kann schaden immer, ne? Achio. Incentio. Egal, dass man per Finisher diese Boss-Kickner-Miniboss einfach one-hitten kann, ist unfassbar stark. Seit Jackdor hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Echt ein cooler Move. Echt ein saucooler Move. Oh, das sind Blätter des Malchenkrauts. Die brauchen wir immer, um Merlin seine Rätsel zu starten. Und dann haben wir, um 2-4-3-8-6-6-6-7-8-7-8-6-7-8-7-8-7-6-9-8-8-8-7-7-8-6-7-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-7-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Vielen Dank.